Die neuste Entwicklung aus dem Hause Kramer, die KM Domus Akku. Mit der KM Domus Akku geht das Kehren ohne schweren Verbrennungsmotor leicht von der Hand, ganz ohne Lärm und Gestank. Satte 82 Volt geben dem kompakten Feger enorme Kraft. Die schwenkbare Kehrbürste lässt sich bequem an jede Situation anpassen. Per Hand kann die Druckeinstellung der Bürste einfach reguliert werden. Die Akku Kehrmaschine überzeugt mit der gewohnt einfachen Bedienung und ist dabei ungemein wendig und handlich. Dagegen hat weder feuchter Kehrricht noch pappiger Schnee die geringste Chance. Eine kompakte Kehrmaschine, die gründlich sauber macht und dabei selbst absolut sauber ist. Die KM Domus Akku von Kramer. Die KM Domus Akku von Kramer. Vielen Dank.